Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin, es ist Samstag, heute ist der 24.07.2021, es ist 10.06 Uhr und heute ist CSD in Berlin. Ich habe die Woche immer mal wieder davon gehört, zuletzt vom Sühne, der gefragt hat, ob ich damit hingehe, aber ich war ja die ganzen Jahre nicht so der Pride-Gänger, ab und zu mal schon, aber jetzt, wo die Zahlen noch wieder hochgehen und auch wenn man ein Hygienekonzept hat, ist das für mich, wie soll ich sagen, ja, es ist nicht so wichtig schlimmerweise, muss man mal schon sagen, es ist eigentlich schlimm, dass man sagt, das ist nicht wichtig, weil gerade nach der Doku, die ich neulich geschaut habe, wie das in den 50er, 60er, 70er Jahren war, ja, ist das schon wichtig, dass sowas stattfindet, aber auf der anderen Seite empfinde ich immer, dass diese Demos oder diese CSDs, die Umzüge, immer mehr Party und Kommerz sind und nicht wirklich eine Demo in dem Sinne, also man präsentiert sich da, man macht sich sichtbar, es gibt sicher auch ein politisches Programm, ich glaube, dieses Jahr in Berlin 50% der Zeit ist mit irgendwelchen Reden gespickt, um dem auch wieder mal einen Demonstrationscharakter zu geben und nicht einen Partycharakter, aber trotzdem, muss ich zugeben, ist das nicht so ganz meine Welt, ich bin ja eher zurückhaltend und gehe auch nicht auf Partys oder in Clubs und so weiter, naja, gucken wir mal und außerdem wird es heute viel zu warm mit 32 Grad, aber ich freue mich natürlich für all die, die hingehen, denn die haben heute einen wunderschönen Tag dafür erwischt, äh, strahlend blauer Himmel, Sonne und hoffentlich, äh, eine schöne Zeit und hoffentlich auch gesund bleiben, ne, Abstand halten, gerade auf so einem Wagen wird, glaube ich, schwierig, also auf so einem Umzugswagen, wenn du da mitläufst, kannst du ja schon so ein bisschen dafür sorgen, dass du vielleicht nicht so nah an andere Leute rangehst, aber auf den Wagen, die da mitfahren, wo man dann so tanzt und wo dann auch gesprochen wird, ja, ich weiß nicht. Naja, trotzdem schön CSD euch allen heute in Berlin, äh, ich glaube, die letzten Wochen und auch die nächsten Wochen werden hier und da welche sein, wobei der Karneval der Kulturen zum Beispiel, der wurde, glaube ich, abgesagt, äh, aus Corona-Gründen, ja, vielleicht ist der auch ein bisschen größer und unüberschaubarer oder nicht so gut kontrollierbar wie jetzt ein Umzug, weil der Karneval der Kulturen ist ja, glaube ich, äh, da ist ja, äh, in der Bergmannstraße oder irgendwo in Kreuzberg, äh, auch gesperrt und dann sind da ganz viele Menschen. Ich glaube, das Stadtfest wurde ja auch abgesagt, ne, das schwul-lesbische Stadtfest, äh, was immer um den Nollendorfplatz her stattfindet, aber da sich das hier durchbewegt, ist das halt, äh, irgendwann auch wieder vorbei und nicht ein ganzes Wochenende oder so. Ich habe keine Ahnung, wie man das vertritt, regelt, organisiert. Ja, ich für meinen Teil werde jetzt gleich mal nach draußen gehen, bevor es den Peak von 32 Grad, so wie es heute werden, erreicht hat, äh, noch was einkaufen gehen. Aktuell haben wir 24 und wenn ich dann nachher mit Streamen beginne, um 13 Uhr, äh, sind es 28 Grad und dann werden es irgendwann 30 Grad, ach, 32 sind es gar nicht hier. Morgen 28, Montag 29, das bleibt die nächsten Tage ziemlich warm und Regenwahrscheinlichkeit sehr hoch. Boah, genau mein Wetter. Ja, wie gesagt, schnell was einkaufen gehen und dann werde ich um 13 Uhr weiter mit Cyberpunk machen. Wir haben gestern fünf Stunden gespielt, äh, es war zwischenzeitlich sehr ruhig, was aber ganz gut war, weil so konnte ich mich, äh, noch ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren und dann ging es wieder mal ein bisschen hoch, dann haben wieder mehr Leute geschrieben, dann wieder weniger und dann wieder mehr und, ja, ich war da so mittendrin und hatte eine schöne Zeit und freue mich jetzt auf heute und morgen weiter in Cyberpunk, äh, Night City zu erkunden, zu entdecken. Gut, äh, ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr habt eine schöne Zeit, äh, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und ich würde sagen, wir hören uns später oder morgen oder demnächst irgendwo im Internet. Ich wünsche euch was. Schönes Wochenende euch. Bis dann. Tschüss.